hallo zusammen und wow willkommen zu den nächsten fünf etappen im normalen modus wir werden mit ludwig hier reingehen und jetzt mal schauen was wir zu ihm dazu packen was packen wir zu ludwig also jetzt wird wirklich ziemlich viel wichtiges zeug ausgeschalten ja warum nicht dich nicht dich und dazu packen wir irgendwas was drei ziele hittet und und hilft was hätte drei ziele und hilft schnell so ach komm minions nimm mal mit du kriegst die das machen wir so rum und dann starten wir ein mach mal das fertig so nicht so viel zeit verschwinden so ok machen wir mal so dann fällt gleich blau in blau gleich kriegen wir hier unten noch was ja sehr gut zack machen wir mal den 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 dann drehen wir eine runde sie am start er ist auch am start holen wir uns noch einen diamanten schade holen wir ihn nicht doch wir holen ihn uns nächste runde hier so zack oha das tut weh so das läuft doch so machen wir noch den dass wir unsere anderen noch laden so attack up zack 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 zu machen mal drauf gucken wie viel wir wegfetzen so und jetzt sind wir hier noch mal drauf das war gut gutes team wäre vielleicht ein bisschen unnötig aber für bera noch einen ersatz idealerweise was lilan ist da kommen wir nehmen konnte mit falls irgendwo was weggesnack werden muss so zack läuft gerade noch nicht so mit den lilanen steinen zack den dann den dann den den zack 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 wir wollen erst mal ihren attack ab haben das ist mir wichtig konju macht den jetzt rechts weg deswegen ist er dabei und die heilung wollen wir auf jeden fall von ihr haben jetzt können wir einmal zack zack machen das reicht schon jetzt drücken wir mal hier drauf zack ein bisschen lila so zack zack machen wir den weg macht er jetzt sehe damage oder was vorbei würde ich sagen jetzt haben wir viel gelb zack 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 z was geht das können wir so spielen ich habe eine riesige fliege bei mir gerade auf dem bildschirm also nicht auf dem telefon sondern vom rechner vor mir mach ich mal so weg kriegt man hier irgendwie noch trouble ich hätte ja jetzt gerade drücken können aber ist okay machen wir das noch mal an weg sind sie zack zack den kriegen ja kein lila mehr ist ja unfair so zack gucken wir mal hier ob wir gelb kriegen ja so ja das hätte schneller sein können hätten wir ein bisschen lila auf der liste gehabt boom zack 38.000 da haben wir nicht viel bekommen jetzt möchte man noch mal draufdrücken hier auf das gaspedal so zack zack das ist gut zack zack und zack zack mhm gehen wir hier noch lila sehr schön nochmal lila komm jawoll so und jetzt können wir eigentlich den diamanten poppen zurück zack 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 so boom kommt hier lila oh ist ja wunderschön dann ist das noch aktiv lang genug so reicht uns unter zwei so da landen wir nur bei 780.000 wahrscheinlich irgendwo aber wir ziehen das jetzt mit dem team durch ja dabei zwischendurch extrem krass punkte gelassen beim windeln wechseln mitten im kampf und ja das tut halt weh den machen wir an das machen wir an in der hoffnung das passive progt ja dann kommen wir auch relativ schnell durch die nächste variante so jetzt drückt man rechts und drücken dann den diamanten den kümmer drücken dann macht das den lassen wir hochgehen das ist ja nicht so weiter schlimm das ist sogar ziemlich geil jetzt kriegen wir gleich wieder eine tech ab so zack, 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 zack zack, 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 zack und vorbei der mai in einer guten zeit mit 139 mittelpunkt der welt lalalala lala lala so jetzt gucken wir was hier in der kiste und das 43.500 ist ok aber zwischendurch liegen lassen 800.000 hätten wir jetzt schon haben müssen und wir haben 780.000 euro das ist nicht gut aber wir schauen hier nochmal es ist ein turm der nach unten gespielt wird jetzt hört es mir jetzt auf kiste bedanke mich fürs zuschauen und wir kriegen hier nichts jetzt muss ich nochmal schauen gibt es bei unmöglich auch kisten sieht nicht so aus haben wir genug haben wir auch nicht ok damit danke ich wirklich haut rein bis denn ciao ciao